Wo fokussiert der nicht? Ah, okay, jetzt. Ah, passt. Wunderbar. Liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video. In der Folge geht es um dieses gute Stück hier. Und zwar habe ich das Teil, das schöne Holz, vom Robert geschenkt bekommen. Das lag jetzt erstmal eine Zeit lang hier und ich wusste bisher noch nicht genau, was ich daraus bauen sollte. Dann ist mir irgendwas im Internet aufgefallen. Eine kleine, schöne Designeruhr bzw. ein Stiftehalter mit einer integrierten Uhr. Ja, ohne viel drumherum zu quatschen, fangen wir am besten sofort an. Musik Untertitelung. BR 2018 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 forttitelung. BR 2018 Countertitelung. BR 2018 Duo 2018 Untertitelung. BR 2018 mir gerne einen daumen hoch geben oder vielleicht auch runter falls es euch nicht gefallen hat man muss diese stifte jetzt nicht mit drin haben falls es stört also man kann das ganze natürlich auch kürzen und sagen ich will nur eine uhr haben es sieht auf jeden fall stylisch aus finde ich kommt auf den schreibtisch ja als deko und ich würde sagen wir sehen uns wieder beim nächsten video bei einem nächsten projekt video schaltet auf jeden fall die glocke in damit ihr bescheid wisst ja wenn ich wieder demnächst ein neues video hochgeladen habe in diesem sinne macht's gut liebe freunde bis dann tschüss